Oh Gott, ich bin im Spiel gekommen. Oh no, oh no, das sind mehrere. Howdy dude, herzlich willkommen zurück zu Fortnite, diese Runde spiele ich, die letzte Runde haben wir ein Victory Royale gehabt. Ha, fast, ich war unter die Top 3 und schaut es euch an, dann ist scheiße passiert. Hey, das ist also Level 3, was gibt's mehr? Fantastisch, hey, ob es zwei Level dazu gibt. Ja, Freunde, das war wirklich scheiße. Ihr schaut es euch nochmal an, das war kacke, ich war so gern durch die Hand eines Gegners gestorben. Und nicht so durch die Hand eines Gegners. Wir haben uns auch noch, glaube ich, gemerkt, dass du kämpfst. Wir haben uns deswegen alles noch hingebaut. Der hat, was? Ich glaube, der hat gemerkt, dass du da oben bist. Und ich ist einfach schnell vorbeigekommen, die Falle dahinter und ist wieder weggegangen. Blöd war es nicht, das hat funktioniert. Ja, siehe, das hat funktioniert, das war eh geil. Er wird es sich dann auch noch tun haben, ja? Nice, gut gegangen. Ja, oder er wird sich dann auch noch tun haben, weil das sind die Fortnite-Spieler. Ja, ey. Fuck, oder scheiße. Ja, fuck, sind die... Schauen wir mal, wie es bei einem die Runde läuft. Nicht besser, wahrscheinlich schlechter, ich komme nicht unter die Top 3. Probier es. Ich probier es, aber es wird nicht funktionieren. Geh einfach auch ganz weit weg, so wie ich. Genau dasselbe, ja, ganz weit weg. Da, das ist der Bus, du bist im Bus. Sag danke zum Busfahrer. Wunderbar. Kann man nur einmal. Kann man nur einmal, sonst hätte es gespappt. Ich glaube, das wird jeder sparen. Okay, und dein Team sagt, äh, äh, gar nichts. Dammela, dammela, Beli, Tabanaseba. Oh Gott, die sind alle gleichzeitig rausgesprungen. Warum bin ich ein Typ? Ich mag ein Typ sein. Warum bin ich ein Typ und du kein Typ? Das kann ich doch nicht sagen. Dammela, dammela, Beli, Tabanaseba. Ambala, Giteko, Borendi, Vabala. Dammetokusiita. Pff, tss. Ah, dammetokusiita. Gott, warum bist du auch gleich rausgekupft? Da links, das Heißl. Mein Beißl. Dei Beißl. Ja, zumindest hast du schon eine Waffe. Ja, aber ist ein Pistol. Ja, mein Gott, besser wie gar nichts, wenn es eins auf eins geht. Und da hast du noch was. Oh, Baby, ein Shotgun. Taktische sogar, taktische Shotgun. Oh, also nicht einfach nur wahllos drauf losschießen, sondern bitte mit Bedacht. Yo, ich hol mir ein bisschen Stein. Zum Bauen mach ich fein, dann bin ich deine Yoko Ono. Dann bin ich deine Yoko Ono. Ist das jetzt auch, das ist klar, strategischer, oder? Nein, nein, das ist nicht so unstrategisch. Oh, da, schau nur an. Halala. Halal gibt's halt, Freunde, halal. Und da sind deine Leiter. Oh, Baby, Akimbo. Akimbo, wir gehen Akimbo auf Olle los. Schau dir das an. Dun, 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 dun. Akimbo. Oh, Akimbo. Akimbo. Du, 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 du. Wie schwul du da gerade gerade bist. Da, 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 ich hab zwei. Oh Gott, ich liebe Partner. Es ist so ein Scheiß. Es ist so ein Scheißspiel. Es ist witzig, weil es so kacke ist. Verstehst du? Es ist witzig, weil... Ach, Gott. Ach, Gott. Du bist ein Arschloch. Top 70. Wuhu. Was, Top 70? Die große Grabe hat mir jetzt so viel. Ich hab 20 Stunden geöffnet. Top 3. Ich hab nicht gewusst, dass es so viel Leid gibt. 100 gibt's. Echt? Ja. Du bist so scheiße. Du bist 60. Du tanzt dich da zu den besten 3. What the fuck passiert da gerade? Das kenn ich, ja? Das hört, glaube ich, jeder. Das hört, glaube ich, jeder, wenn ich mich da bin. Im Ernst? Ja. Also nicht jeder, aber jeder, der in der Nähe ist, hört, dass ich da bin. Dann hör doch auf. Du bist doch unter die Top 3. Du bist jetzt gleich Top 50. Da war wer. Was? Ja, die Waffe hast du da ja wohl nicht liegen lassen, oder? Haha, ich war ja noch nie da draußen. Sicher? Da bist du doch gelandet. Oder? Ja, sicher? Ja, doch, stimmt. Du hast recht. Ja, die hast du da nicht liegen lassen. Aber wie ist der auch weggekommen, wenn da wer war? Wenn da wer war. Ja, egal. Der ist von oben gekommen und ist dann gegangen und ich... Möglich. Unwahrscheinlich, aber möglich. Läng gerade in die falsche Richtung. Jo. Ich hab keinen Blutschuss. Das ist kacke. Das ist wirklich kacke. Deine Leidzahne fallen. Funktioniert es dann eigentlich wirklich, dass du mit den Leidzahmen spielst? Ich glaube nicht. Nein. Nein. Ich meine, war gut, wenn du unser Team aufs Platz hast. Oh, Mama. Ich habe einen Pilz gefressen. Ich fühle mich... Oh, da rennt wer. Ich fühle mich jetzt. Hör auf. Nimm das ein bisschen ernst. Du bist unter die Top 9er 30. Ja, 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 ja. Aber du wirst dich doch wirklich nicht mit dem bekämpfen, oder? Bauen. Was tut er, Baut op? Hör auf. Du warst, das bringt nichts. Ich weiß nicht, wie weit die Waffe längern. Bier so weit zu kämen, wie du kannst. Du bist schon unter die Top 9er 30. Ja, ich bin gerade. Aber du musst jetzt dann echt weg. Ja, ich bin gerade. Weil, Alter. Ich weiß nicht, was die Burschenschaftler davor haben. Aber die werden das nicht überleben. Ich komme da nicht durch die Stadt durch. Ich kann da nicht durchgehen. Ich kann da nicht einfach durchschlenkern. Ich schlenk halt da an dem Haus vorbei durch. Der Sturm kommt. Ich muss Snake spielen. Schau dir an. Schau dir meine Kumpels an, Alter. Was machen die da oben? Was machen meine Kumpels da oben? Rechts. Sterben? Ja, wahrscheinlich. Alle zusammen. Oder so wie das andere Mal, wo wir mit Maxi gespielt haben, wo wir dann irgendwo ganz, ganz weit weg waren und dann einfach so knapp den Sturm noch in Kärmern sind. So kurz vor dem Tod. Und dann ist einfach ein Typ vorbeikommen und hat uns praktisch auch Watschen gegeben. Und wir waren tot. Top 33. Oh, Freunde. Top 33. Geil. Da wohne ich. Top 33. Ziemlich weit oben. Top 32. Da wohne ich. Ziemlich weit oben. Nein, ich wohne in fucking Top 3. Und da, dabei will ich es auch. Weil weiter bin ich nicht gekommen. Ja. Wegen einer verfickten Falle. Das ist wirklich gay. Wenn Sie schon ein Third-Person-Battle-Royale-Fuck-Me-Shooter machen, dann baut es doch keine Fallen ein. Weil, Entschuldigung, hat irgendwer bei den Hunger Games fallen gestört. Ja gut, haben es. Aber das sind nicht die Hunger Games. Das ist der Burger. Oh, toll. Und? Nichts, das ist der Burger. Der ist teleportiert worden in unsere Welt und dann wieder da her. Der Bürgermeister. Der ist bei uns gewesen. In unserer Welt. Und dann ist er wieder da her teleportiert worden. Was in unserer Welt? In unserer Welt? Ja, unsere Welt ist unsere Welt. Was glaubst du? Meinst du Österreich? Nein, ich meine... Holy shit. Ja, ich mag nicht, dass ich zu weit so lange in der Luft bin, weil da senkst du mich ganz schön schnell. Was war das für ein Dreck? Wofür? Wofür? Damit es gescheit sein. Du kannst damit vielleicht kurzzeitig am Gegner entwischen, aber dann muss halt der Sturm bei dir in der Nähe sein, das was bringt. Weil sonst muss er einfach nur warten, dass du wieder runterkommst und dann tue da Tontauben schießen mit dir. Oder Tauben schießen. Taube abschießen. Taube abschießen. Kann da bitte irgendwer sterben? Ja, war cool. Du kommst da im Kreis näher. Was haben die da vorhin, die Williwoods? Ich weiß nicht, vielleicht sind die noch beschissener wie wir. Stell dir vor. Wir wissen zumindest, dass man sich mit dem Scheißsturm nicht anlegt. Ja. Das hat er dem Platz 2 vorhin sein Leben gekostet. Ja, ja, sicher. Wo ich mir auch gedacht habe, mein Gott, probierst du nicht von da, geh halt um mich. Aber nein. Scheinen wir alle nicht so strategisch wie wir. Der Sturm ist fast schneller wie ich und da ist ein Hügel, der ist extrem offen. Ja. Das ist so ungut. Das ist so fucking ungut. Ja, weil da keine Barmer und gar nichts ist. Oh Gott. Das schaut ein bisschen aus wie so Taddeos sein Haus. Der Steiner. Ist es. Oh, man. Er war in unserer Welt, der Dings in Amerika. Achso, achso, okay. Hat er gerade geschossen? Was? Nein. Verstehst du? Okay, irgendwas geht. Keine Ahnung. Das ist schon wieder so, ich fliege durch die Welt scheiß. Ja. What the fuck? Da hat Gott wer das benutzt. Hat das wer benutzt? Das hat so ausgeschehen auf jeden Fall. Ja, irgendwo ja. Darf ich auch? Warum soll ich das tun? Ich weiß nicht, was ich will. Oh Gott. Nur zerrissen ohne Taschenrechner. Oh Gott. Ich bin im Sturm entkommen. Gib ihm. Gib ihm. Ja, Jason. Oh no! Oh no, das sind mehrere. Da war rechts auch einer. Oh no! Das war's. Ja. Das war ein Team, oder? Ja, sicher. Alter. Aber Top 31. Top 31. G'wende, haudidudi. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Du kannst gerne noch eine Runde spielen, wenn du willst. Das waren jetzt 10 Minuten. Nein, das interessiert mich nicht, weil wir sind fertig. Gut, Freunde. Wenn ihr euch gefallen habt, dann lasst uns ein Like und ein Abo. Oder wir spielen andere Sachen. Schaut bitte in anderen Videos vorbei, weil Fortnite ist... Sehst du, fährst du jetzt... Bei dir war's genauso. Du hast die ganze Runde nix da. Ja, und dann... Du hast keinen abgeschossen, verdammt, nun mal. Und dann stirbst du. Und es ist einfach so scheiße. Unterstützt doch nicht fucking Fortnite, Freunde. Das kauft sich Overwatch. Kauft sich Overwatch. Das ist das Spiel, das sollten wir unterstützen. Oder, weiß ich nicht, Indie-Spiele von mir aus. Kauft sich Undertale. Spielst du was Gescheites. Howdy doody.